Wenn Sie herausragende Köpfe suchen, ob in der Unternehmensberatung, in der Zeitarbeit oder in der Projektbeteiligung, dann sind Sie bei uns genau richtig. ABC Unternehmensgruppe. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und herzlich willkommen zum erneuten Format des Remscher, der Wirtschafts-ABC, Ihrem Format der ABC Unternehmensgruppe mit Personaldienstleistung, Unternehmensberatung und Projektbeteiligung. Was ist das Thema von heute, des Tages nach der Bundestagswahl 2017? Auch da geht es um die Wahl, nämlich um die Wahl der richtigen Mitarbeiter und um die Frage Recruiting, Mitarbeitergewinnung 4.0, wird in Zukunft der Computer den Menschen auch hier ersetzen? Spannende Frage und vielleicht auch für Sie ein spannendes Thema und ich hoffe, Sie folgen mir in den nächsten knapp 15 Minuten, um etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Wie ist die Ausgangslage? Was muss man heute feststellen und konsternieren? Wir haben über eine Million offene Stellen am deutschen Arbeitsmarkt, das heißt über eine Million Menschen könnten in Arbeit gebracht werden, wenn denn die richtige Person in einem richtigen Zeitfenster und mit der richtigen Qualifikation zur Verfügung stehen würde. Das ist ein bisschen komisch, wenn man auf der anderen Seite sieht, dass wir über zweieinhalb Millionen immer noch Arbeitslose haben. Wir relativieren das ein bisschen, indem wir eine Million Langzeitarbeitslose dann natürlich auch drin mit in dieser Zahl verankert wissen. Aber theoretisch könnten die eine Million offene Stellen auf eine Million Arbeitnehmer treffen und wir hätten Vollbeschäftigung. Das, was wir uns hier alle in der Regel wünschen. Wir haben aber auch eine Zunahme des Wettbewerbsdrucks, auch gerade in den Personalabteilungen bei Ihnen. Wir haben immer mehr die Anfragen, das erleben wir auch bei uns in unserer tagtäglichen Praxis im Rahmen der Personalberatung und der Personaldienstleistung, dass die HR-Abteilung, dass Sie, die Entscheider, die Betriebsleiter, die Produktionsleiter, die Geschäftsführer immer mehr getrieben werden von dem Wunsch, den richtigen, die richtige Mitarbeiterin zu finden und auch schnell und kurzfristig einzustellen. Das geht nicht, das haben wir gesehen. Die Bundesagentur für Arbeit braucht in der Regel knapp 100 Tage, um den richtigen Vorschlag zu unterbreiten. Etwas über 100 Tage braucht es, um den richtigen Mitarbeiter vom originären Arbeitsmarkt zu rekrutieren. Eine lange, lange Zeit, über drei Monate, das führt zu Verwerfungen in den Betrieben, das führt zu Überstunden, Das führt aber auch zu eventuellen Themen, die wir auch schon diskutiert haben, Überlastungen, Burnout und, und, und. Nicht unser Thema heute. Unser Thema heute ist, wie kann das vielleicht in Zukunft anders gestaltet werden. Wir erleben in den letzten Jahren, das ist ein großes Thema der Verlage, eine rückläufige Anzahl von Stellen, Anzeigen in den originären Zeitungen. Wir haben eine Zunahme von Stellenportalen. Sie kennen sie alle. Einige würde ich hier nennen, stellvertretend, die großen StepStone, Monster, Indeed, aber auch die Jobbörsen wie Job24, wie aber auch das örtliche Kaleido und, 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 und. Ich will hier keinen vergessen. Was macht man da? Man will schnell sein Problem gelöst bekommen. Man möchte schnell, passgenau die richtige Person in das Unternehmen einbringen und den Onboarding-Prozess, auch ein neudeutsches Wort, hier in Gang setzen. Wir haben die klassische Rücknahme der Stellenanzeigen. Wir haben eine ganz, ganz große Problematik, dass sich die Bewerber auch ganz, ganz viele Stellen aussuchen können. Für Sie als Unternehmen oder für Sie als Bewerber ist das mal gut, mal schlecht. Und die Frage, die uns umtreibt, in der letzten Woche in Köln zu sehen, drei Tage lang, auf der Zukunft Personal, wie sieht die Mitarbeitergewinnung in den nächsten Jahren aus? Wird der Algorithmus stärker, wird der Computer stärker die Aufgabe des Matchings übernehmen können oder übernehmen müssen? Wird es denn dazu führen, dass immer weniger persönliche Empfehlungen des Empfehlungsgeschäfts die Mitarbeiterempfehlungen dann ersetzen werden? Das sind Fragen, die ich heute mit Ihnen ein bisschen alleine, Sie sehen, ich habe heute keine Gäste an meiner Seite, weder rechts noch links, mit Ihnen nicht diskutieren möchte. Ich möchte Ihnen vielleicht etwas mit Pro und Contra Ideen mit auf den Weg geben. Der Algorithmus ist alltäglich und wir erleben das, wenn ich mir eine Hose kaufen will und ich gehe auf irgendeinen Online-Shop, dann weiß ich, in den nächsten Tagen, nächsten Wochen werde ich die Hose, die ich gesucht habe, mit verschiedenen anderen Formaten, wenn ich auf andere Seiten gehe, Spiegel Online, auf die ABC-Seite gehe, immer wieder vorgeschlagen bekommen. Das heißt, jetzt ist schon klar oder auch bei Facebook oder bei anderen Formaten, das, was ich besonders gerne habe, wird mir ganz subtil und ganz latent immer wieder untergeschoben. Also auch da stellt sich die Frage, kann also ein Algorithmus, kann ein Computer in Zukunft mir immer wieder neue Bewerber unterschieben in den Personalabteilungen, wenn ich einen Bewerber, einen Zersparnungsmechaniker, einen Industriekaufmann oder auch einen Elektroniker suche und vielleicht finden möchte. Werde ich vielleicht aber auf der anderen Seite, um es mal pro zu formulieren, entlastet und wird die Geschwindigkeit einer Besetzung zunehmen, um eben nicht über zwei, drei Monate zu warten, bis der geeignete Mitarbeiter, vielleicht der geeignete Mitarbeiter, die geeignete Mitarbeiterin bei mir im Unternehmen angekommen ist. Das sind die Fragen, die wir uns heute einmal anschauen wollen. Und ich möchte gerne versuchen, ein wenig in einem Pro- und Kontra-Modus mit Ihnen diese Frage zu beantworten. Was kann passieren, wenn der Computer für uns die Arbeit übernimmt? Und natürlich, er ist schneller. Und Sie sehen, auch ich habe mein Hilfsgerät dabei und habe meine Notizen auf einem Tablet notiert, damit ich das A behalten kann und damit das Papier, was vor mir liegt, eine Unterstützung bekommt. Also Unabhängigkeit, Schnelligkeit, sind das die wesentlichen Faktoren in Zukunft, um einfach eine Stellenbesetzung besser hinzubekommen? Das ist richtig, pro. Kontra kann man dagegen eigentlich nicht viel sagen, aus Sicht der Personalabteilung. Die müssen eigentlich unter dem Aspekt Angst haben, in Zukunft vielleicht ihren Job, ihre Tätigkeit zu verlieren. Wie sieht das mit der Offenheit und mit der Transparenz aus? Auf den ersten Blick kann keiner was dagegen haben, wenn ich über eine Vielzahl von Bewerbern, Kandidaten verfüge, wenn ich jemanden suche, wenn ich eine Stelle neu besetzen möchte. Diese Offenheit und Transparenz ist aber vielleicht nur gefühlt offen und transparent, denn wir kennen den Begriff der Bots, wir kennen den Begriff auch der Algorithmen und des Computers, Industrie 4.0, Arbeit 4.0. Vielleicht, ich hatte es eben schon erwähnt, wird mir über diesen Weg ja auch ein Bewerber mehrfach aufgepimpt untergeschoben. Ich weiß es nicht, denn es liegt nicht an mir zu bewerten, wo denn dieser Kandidat vielleicht herkommt. Wichtig ist halt nur die Frage, in welches Portal ich gegangen bin. Auch da wieder die nächste Frage. Wird meine Suche etwas erfolgreicher sein als Personalverantwortlicher? Werde ich mich durch diesen großen Dschungel der Stellenbörsen besser durcharbeiten und der Bewerberprofile durcharbeiten können? Theoretisch ja. Denn natürlich wird der Computer immer etwas schneller sein können, als ich das als Mensch sein kann. Aber auch nur dann, wenn das Medium genutzt wird und keiner weiß heute, welche dieser Stellenportale, die ich eben genannt hatte, in Zukunft, in zwei, drei, vier, fünf Jahren, das richtige Format für die Zukunft sein wird. Also auch da eine große Unabhängigkeit oder eine große Unsicherheit in der Frage, was ist denn das richtige Medium? Ich kenne das noch, bin ein bisschen älter. Früher gab es Beta 2000, VHS und was auch immer. Jetzt gibt es gar keine Videokassetten mehr. Es gibt jetzt letztendlich auch noch niemals mehr CDs. Es gibt die Cloud. Und vielleicht müssen wir auch uns beim Thema HR, künstliche Intelligenz, ein zunehmender Bereich, mit der Frage beschäftigen, was ist denn die Hauptressource, die wir in Zukunft haben werden. Spannend und natürlich auch wirtschaftlich wichtig. Denn wenn ich als Unternehmen heute überlegen muss, in was für ein KI, also eine künstliche Intelligenzsystem, IT-Struktur möchte ich investieren, kann mir keiner garantieren, dass diese Formate, dass dieses Format, dass diese Anbieter auch in vier, fünf, sechs Jahren noch am Markt bestehen wird. Spannend, wichtig zu wissen und für Sie als unsere Kunden, unsere Partner, aber auch unsere Mitarbeiter eine wichtige Frage, wo investiere ich mein Geld? Denn es ist bestimmt nicht unmöglich und auch nicht unwahrscheinlich, dass vielleicht in Zukunft trotz eines Arbeitnehmer- oder Bewerbermarktes man vielleicht dafür Geld ausgibt, um den besten, den passendsten Job zu bekommen. Wenn ich aber Geld ausgebe, und das wissen wir auch von verschiedenen anderen Dienstleistungsbereichen, ist es vielleicht doch ein bisschen gefiltert. Und auch ein Algorithmus kann das filtern. Auch die künstliche Intelligenz kann das sehr wohl filtern, besser als die Menschen das filtern können, zu sagen, wenn ich da mehr verdiene, empfehle ich halt mehr aus diesem Topf, als wenn ich weniger verdiene, es vielleicht passgenauer wäre und ich einen anderen Topf wähle. Nicht ganz einfach und es gibt dennoch einen weiteren Punkt, den ich hier gerne auch als Pro, also für die künstliche Intelligenz ins Feld bringen möchte, die Zuverlässigkeit. Computer werden nicht krank, Computer sind 24-7 online, Computer können immer alles, wenn, und das ist das nächste Thema, wer das Buch kennt, Blackout, der weiß, wovon ich rede, es kann ja mal der Stromausfall kommen, dann kann der Computer gar nichts mehr. Ich als Mensch kann aber hoffentlich immer noch, wenn ich sterbe, meine Arbeit verrichten, sodass natürlich die große Gefahr der KI-Systeme, der IT, glaube ich sogar der ganzen Industrie 4.0-Debatte, die ist, dass wir gar keinen Strom mehr haben werden, denn ohne Strom wird da nichts laufen. Zuverlässigkeit ja, wenn denn Strom da ist, wenn kein Strom da ist, dann bin ich ganz analog besser in der Lage, meine Probleme zu lösen und auch hier Angebote zu machen. Ich kann aber jetzt wirklich das Matching der Zukunft dann bei diesen ganzen Pros, die ich eben genannt habe, eben besser vom Computer erledigt werden. Wie sieht das mit der Passgenauigkeit aus? Was ist mit der auch Frage der Soft Facts, der letztendlich Umgebungseinflüsse, die ich vielleicht als Mensch viel, viel besser aufnehmen kann, wenn ich geschult bin, wenn ich Personalprofi bin, so wie das bei uns im Unternehmen tagtäglich der Fall ist, ist es nicht viel, viel angenehmer und besser, auch neben den fachlichen Qualifikationen das ganze soziale Umfeld aufzunehmen, nicht nur zu sagen, die Qualifikation stimmt, die Kompetenz stimmt, aber menschlich wird das nicht funktionieren. Deswegen wird die Empfehlung vielleicht hier nicht unsere sein, denn das wird auf Dauer nicht erfolgreich zu Ende gehen können. Kann das der Computer schon? Der Computer kann eines schon, da gibt es auch verschiedene Angebote zu sehen auf der Zukunft Personal in den letzten Tagen, dass er abgleichen kann, nicht was habe ich als Begriff auf meinen Lebenslauf geschrieben, sondern, dass er abgleichen kann, was steht in den Zeugnissen, wenn sie eingelesen worden sind, an Arbeiten, an Qualifikationen, an täglichem To-Do und kann das mit den angeforderten Stellen abgleichen. Das nächste Problem, wir alle kennen das, in die Stellenausschreibung wird so viel reingepackt, wie nur eben geht und ich habe noch niemanden kennengelernt in den letzten 30 Jahren, der nur annähernd alles das erfüllen konnte, was eine Stellenausschreibung an Inhalten, an Kompetenzen, an Fähigkeiten, an Fertigkeiten verlangt hat. Das geht nicht. Es muss also hier ein Umdenken stattfinden, um KI möglich zu machen. Ich denke, ja. Ich denke, die künstliche Intelligenz und auch das Thema Computer kann nur dann erfolgreicher sein als der Mensch, wenn sich die Personalabteilungen, die Personalverantwortlichen hier reduzieren und nicht, wie das jetzt der Fall ist, durch die Zunahme von Dokumenten, durch die Zunahme von IT und Bewerbungsunterlagen versuchen, einfach noch mehr abzusichern. Wir erleben nicht die Reduktion von Daten, wir erleben natürlich das Ausweiten von Daten, der Speicherplatz, das wissen Sie besser als ich, kein Geld kostet und mal eben schnell 15, 20, 30, 500 Kontakte angeschrieben werden können mit nur einem einzigen Mausklick oder einem einzigen Fingerdruck. So ist das Ganze eine offene und spannende Frage und es bleibt letztendlich da weiter eine Gewissensentscheidung. Wird denn in Zukunft das Thema IT zunehmen oder wird das Ganze eher vom Menschen passgenau in die Hand genommen werden können und müssen? Das Ganze kann leicht gehen, aber das kann nur dann leicht gehen, wenn ich, und das ist ein nächster Punkt, auch in der Lage bin, diese Infrastruktur, die notwendig ist, vorzuhalten. Wenn ich nicht in der Lage bin, mir eine IT-Abteilung zu leisten, wenn ich nicht in der Lage bin, diese dann doch vielleicht teuren EDV-Programme zu kaufen, diese künstliche Intelligenz in mein Unternehmen einbinden zu können, dann werde ich auf keinen Fall das alles, was ich gerade an Vorteilen genannt habe, nutzen können. Also stellt sich die Frage, das ist eher eine gesellschaftliche oder eine Wettbewerbsfrage, werden hier wieder eher große Systeme bevorzugt, werden hier Konzerninteressen oder ist der Weg eigentlich generell da, dass es immer nur groß und too big to fail werden muss, dass nur die großen Strukturen mit viel Kapital, mit viel European Resources, mit viel auch letztendlich Manpower, die dahinter stecken muss, dann diese neue Technik nutzen kann. Ich glaube, es ist divers zu betrachten, sodass natürlich, wenn viel Geld da ist oder wenn viel Personal da ist, auch IT eine gewiss große Rolle spielen kann. Wir erleben das jetzt schon in dem Thema, dass die Zunahme der Technik und die Zunahme der Prozesse, der Abläufe mit alledem, was dazugehört, eigentlich eher bei den großen Unternehmen zu verankern ist. Der Mittelstand, der KMU-Betrieb mit vielleicht 50, 60, 70 Beschäftigten ist da auch schon sehr, sehr weit in der Regel, aber natürlich nie so weit, wie das vielleicht ein Konzern, ein weltweit agierender Konzern sein kann, sein muss. Werden wir dadurch eine weitere Spreizung zwischen Konzernen, Großunternehmen, der Börse und dem Mittelstand erleben? Natürlich wird die künstliche Intelligenz dazu führen, dass sich diese Spreizung nicht verhindern lässt. Und wir als Dienstleister müssen uns die Frage stellen, wenn wir weiterhin für Sie eine passgenaue Lösung kreieren und darstellen wollen, was ist unser Weg? Wie weit können wir uns auch mit diesen neuen IT-Strukturen dann identifizieren? Was wollen wir letztendlich in unsere Prozesse etablieren und einbauen? Derzeit ist es so, ganz offen gesprochen, dass wir sehr wohl das Bewerbermanagement nutzen im Rahmen der IT und hier besser werden wollen, um eine bessere Ansprache der Kandidaten zu bekommen, aber natürlich keinesfalls den Kollege Computer dafür verwenden, um die passgenaue Empfehlung für Sie als kompetenter Dienstleister umzusetzen. Nach meiner Meinung auch etwas, was in den nächsten Jahren nicht funktionieren wird. Was kann das Fazit sein in diesem kurzen, vielleicht dann eher technischen und dann doch persönlichen Bereich? Ich weiß es nicht. Und das ist wahrscheinlich das Gute daran, wie in vielem im Leben. Es wird einen Weg geben. Alle Welt diskutiert über das autonome Fahren. Vielleicht wird es in den nächsten 10, 5 oder 15 Jahren auch die autonome Bewerber-Mitarbeiter-Gewinnung geben. Aber es muss zu einem passen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das am Anfang eher ungewohnt ist. Und die nächste Frage, die sich anschließt, das ist beim autonomen Fahren ja auch nicht anders. Wann habe ich eine Chance? Und wie kann ich in diesen Fahrprozess, in diesen Recruiting-Prozess als Mensch, als Person, als Personalprofi in unserem Fall eingreifen, um das Ergebnis zu optimieren? Wir brauchen, das bringt die Datenflut mit sich, und auch die Zunahme der Zertifikate und der Ausbildung mit sich. Das bringt aber auch die Frage mit sich, das sehen wir auch ein anderer Aspekt bei den Themen der Integration von Migranten, von Flüchtlingen, von Personen, die eben keine Dokumente haben. Wenn wir feststellen müssen, was ist denn die Qualifikation? Das bringt mit sich, das aufzuarbeiten, das zu katalogisieren und am Ende auch hier eine qualifiziert, vernünftige Aussage treffen zu können zur Qualifikation, zur Ausbildung, zu Fähigkeiten etc. Da hilft die IT, da hilft die künstliche Intelligenz. Etwas besser vielleicht als das Stück Papier, was man früher noch von der IHK bekommen hat. Aber ich denke schon, dass es auch für die Zukunft wichtig sein wird, zu entscheiden, für mein Unternehmen, was ist der Weg, den ich gehen will. Will ich mich mehr vernetzen? Will ich mich aus diesen Prozessen verabschieden? Oder will ich aktiver teilen bleiben? Und vielleicht gibt es eine Mischung aus beidem, den Kollegen Computer und die Personalabteilung. Vielleicht gibt es nur noch die Personalabteilung, wenn man sagt, mir ist das Ganze zu ungewiss, weil Offenheit, Objektivität auch bei Programmen nicht gewährleistet sein kann. Das erleben wir tagtäglich. Oder vielleicht gibt es auch nur die Abkehr von all dem, dass wir back to the roots wie vor 15, 20, 30 Jahren sagen, nein, Bewerbung, Bewerbungsgespräch, Empfehlung, Sie entscheiden das. Für heute, in dieser kleinen Ausführung des Remscher der Wirtschafts-ABC, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie uns die gerne. Wenn Sie Anregungen haben oder Meinungen haben zu dem Thema Künstliche Intelligenz, Kollege Computer, wer macht das Matching, das Recruiting der nächsten Jahre? Bitte teilen Sie uns das mit. Ich weiß von meinen Kollegen und Kolleginnen, dass das im aktiven Dialog schon heute thematisiert wird. Wir dürfen eins nicht tun, wir dürfen es nicht negieren, nicht vergessen. Und ich freue mich so auf Ihre Feedbacks. Wir arbeiten an den Lösungen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Tag, einen schönen Abend, gute Nacht. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ihr Remscher der Wirtschafts-ABC. Vielen Dank.